Guck mal, wenn euch Fackeln fehlen, in der linken Kiste im Haus drin sind ganz viele Fackeln. Guck mal, da liegt noch ganz viel Zeug! Guck mal! Also wie heißt das jetzt, was wir spielen? Cutter, Cutter was mit dir? Cutter kommt! So, und jetzt gehen wir auf Stufe 2. Vielleicht. Wird das dann immer schwerer? Das weiß ich nicht. Kann sein. Aber wenn wir jetzt hier schon die... Ich dachte, du hast das schon mal gespielt! Ich finde so cool, hier ist ein Hundespawner! Ein Hundespawner! Brutal, ne? Das wird mal von Zombieschwein und dann kommt ein Hundespawner hier. Hast du das noch nicht gespielt? Kennst du dich das auch angst? Ich hab's schon gespielt! Oh Gott, das ist mir auch neu! Hier ist ja... Hier ist ja Dings... Ähm, Eisen! Mit Schwertern kannst du Spinnenfäden abbauen. Guck mal, hier ist ein Crafting Table, den man nicht benutzen kann. Vollkugel! Oh mein Gott! Tick, tack! Und den Ofen! Oh mein Gott, nicht die Tür aufmachen! Oh mein Gott! Ich hab's gerade vermisst! Oh Gott! Obwohl... Weißt du, wir mögen doch Gäste, oder? Nein, 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 okay! Ich guck mal in die Türe rein! Ich guck mal hier rein! Ich guck mal hier rein, sie läuft! Denkt an die Geheimgänge, ne? Ja, ich mach so'n wilden Rechtsklick, aber hier ist ja... Linksklicken musst du, Linksklick! Oh, Linksklick! Oh, okay! Dann hab ich die ganze Zeit falsch gemacht! Ne, scheint nichts zu sein! Wir müssen zu dir spinnen! Wir müssen! Das Fett geht vor! Ich geh vor! Und jetzt auch nicht! Ups! Wollte ihn nicht abreißen! Oh Gott! Ich hab das meiste Leben noch und dann... Einfach drauf! Einfach draufschlagen! Einfach voll reinhalten! Ich... Ich... Ich hör jetzt erstmal Brot! Ich hör jetzt... Oh! Da ist noch keiner! Oh! Oh! Nach rechts! Da! Ah, das ist aber nur normaler... Okay! Na, da kommen noch ein paar von der Decke! Mhm! Entschuldigung! Können wir das Eisen nicht abbauen, oder was ist das? Ist das Quarz? Das ist ein Eisenbock, aber das können wir nicht... Das geht nicht! Lea, hast du da schon gelootet? So! Guck mich mal hier oben wegen zwecks... Guck dir mal, ich geh mal ein bisschen weiter gucken! Ah, da ist Skelette! Skelette! Oh Gott! Oh Gott! In deinem, wir wollen nichts kommen! Guck dir! Äh! Ja, und du öffnest das hier! Ja, wir können mal schwer davon ausgehen, dass hier irgendwo ein Skelett-Spawner ist! Ja! Drei Redstone und ein Laffi-Klaffi! Ich habe ausgeleuchtet! Oh ja! Ich wollte gerade ein Brot an die Wand klatschen! Doch! Warum nicht? Okay, alles safe! Alles safe! Geil! Die können auch noch... Da stehen so lange keine Fackeln auf dem Ding drin! Ja, das ist von End of Dungeon! Weil wir auf einer zu kleinen Insel sind! Sollte hier ein Kuchen sein? Was hat mich gerade angeschlossen? Wir haben keine einzige... Ja doch! Guck mal, hier ist eine Geheimtür! Ich habe eine Geheimtür gefunden! Guck mal, guck mal! Da! Lol! Woah! Ist das so! Ich habe noch einen Kopf nur von mir geblieben! Weg! Nein! Ich hab sie aufgeln! Und der beachtet mich nicht! Was? Guck mal! Woah! Ops! Hups! Oh! Irgendwo! Von wo? Ah! Ah! Ich hab schon Alten der 2 rausgenommen. Hier? Hier ist auch was. Oh, hier noch! Ja hier aber auch! Hier ist nichts mehr! Sonst mein Herz aber bildet immer hier! Ja, aber nur irgendwie so langsam hier drin! Habe ich jedenfalls das Gefühl. Okay, der Dungeon ist fertig. Wieso komplett fertig? Ja, weil ja die Insel ist halt so klein. Wenn die Insel so klein ist, dann wird der Dungeon auch nicht besonders groß. Das ist ein größerer! Ja. 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 Ja, dann. Das ist doch klar. Ja. Ja, Faschings Amerikaner-Style. Döde! Die Pfeilen durch Löcher! Jenny, guck mal wirstest du den Hut haben. Ich habe einen Hut, der ist ja hübsch. Dann, ja. Du bist ja hübsch. Dann. Ja, aber worauf kommt der raus? Wollt er denn? Ich denke, du hast ihn aufgesammelt. Oder Kat hat ihn. Ich habe einen Hut an. Soll ich noch jemanden Eisenstiefel machen? Wer kriegt noch Eisenstiefel? Wer hat die Eisenstiefel? Ich habe die Eisenstiefel schon. Ich habe schon welche mal gefunden. Kat! Eisenstiefel. Yum, yum. So, sonst habe ich nichts anderes Material. Was habe ich an? Gold ist jetzt nicht so effektiv. Da prägt es auch nicht. Ich höre noch was draus zu machen. Außer wenn wir mehr davon hätten. Wir haben eine Diamantshacke und eine Eisenaxt. Hast du wirklich das alles gefunden? Was? Hast du das alles gefunden? Ja, wenn ich sage, ich mache mit, dann mache ich auch richtig mit. In der letzten Truhe ist immer irgendwas aus Diamanten und lose Diamanten. Ah. Die lose habe ich noch bei mir. Hä? Die gibt es ja nicht. Nee. Nee. Können Sie nicht schlagen? Weil hier PVP aus ist in dem Ding. Machst du jetzt ein neues Kat oder was tun wir jetzt? Ah ja, kann ich machen, aber wir müssen dann halt, guck mir die Sorgen, auf eine größere Links halt. Das sind Karten, wir fliegen. Ja, und uns alle kennenlernen. Hol mal die Sachen mit, ne? Ach ja, ich nehme auch einfach so viel ich kann. Ja, und nehmt so viel Köln aus den Kisten raus. Alles rausgekommen. Hey. Was machen wir mit den Kisten? Ähm, hier lassen? Stehen lassen. Den Bogen hatte ich nie. Ja, das sind ja alles Sachen, die, ja, wenn man so unbedingt bräuchte, sich irgendwann wiederholen kann, durch kreativen Modus oder so. Ja, okay. Okay, will jemanden Park machen? Wäre irgendwie angenehmer. Erstmal machen wir alle Game-Mode. Damit wir mal ordentlich hier fliegen können. Oh, ich hab nicht fliegen. Ja, weißt du, wow! Das hat mich erschreckt. Also, das Ding hat jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Etagen. Was sollten wir zu tun haben? Was machst du mit mir zusammen? Ja. Ja. Äh, Game-Mode. Oh, ja, stimmt. Null. Weißt du, bei mir ist ja WLAN. WLAN nix gut. Aber LAN, bei meiner Mama am Computer, LAN ist gut. Und außerdem habt ihr das vorher nicht mitbekommen, dass ihre Mutter schon gesagt hat, dass sie gehen soll. Doch, man hat's mitbekommen. Oh, da haben wir noch fünf Leder. Ich weiß nicht, das sind Osterferien. Ist das so, ist das eigentlich was anderes. Aber meine Mutter hat auch immer, weil, weil sie hat es gestört, dass bei mir im Zimmer noch Licht an war, wenn sie aufs Klo ist. Ähm. Das ist deswegen, hat meine Mutter mich noch angekackt, als ich 20 war. So um ein Uhr nachts am Wochenende in meinen Semesterferien. Mach's Licht aus. Ich hab die Nacht geschleimt. Mach's Licht aus. Ich muss schlafen. Ey, und zwischen unserem Zimmern liegt ein Flur mit Türen. Mach's Licht aus. Ja, ich mach's Licht aus. Ui, einsetzling. Ja, ich muss dazu sagen, mit 14 hatte ich noch gar keinen Computer. Ich hab meinen ersten Computer mit sieben. Also meinen ersten eigenen. Und das wurde ich immer bei meinem Papa. Timper Mod! Ja. Tree Assist. Wann? Ich? Äh, vor einigen Tagen. Nice! Oh, guck, guck, was ist das denn? Hier ist ein Pfeil aus Stein. Das war ich. Ach so. Hamster! Hamster! Entschuldigung, aber ich wollte mir merken, wo wir herkamen. Ich hab dir auch sagen können, ich hab ne Minimap. Ja! Ach, das war schön. So. So. Go, 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 go. Ist du auch schon im Survival-Modus? Oh Gott, ich seh' ich seh' da schon. Wo ist mein Bogen? Das ist ein Bogen? Achtung! Achtung, du bist mir voll im Sichtfeld. Ich hol' dir Bogen, ich bin ja oben. Sie bitze ich aus von hier oben. Oh Gott, Zombie, Schwein, Zombie, Schwein, Zombie, Schwein. Wir können uns hier hoch. Ich rette uns, und wie? Oh, ähm. Ah ja, wir haben dich hier gepennt. Ja. Wenn du es überlebst, geh hoch, geh raus und tee-tee mich zu dir. Oh. Okay, hasse mich. Timm den Ballenbiss. Das war der falsche Befehl. Weißt du, wo du hin musst? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Woher? Golden Nacken. Weißt du, dass ich ausschließlich Richtung Süden geflogen bin. Deswegen unsere Spawn-Koordinaten von eben, einfach weiter nach Süden versetzt. Hm. Ja. Ja. Das ist klug hier. Das gibt's ja nicht. 6800, mach ich mal. Oh, ich glaub, ich hab's. Oh. Ja, da ist es. Ich hab's gefunden. Das Stück schaff ich jetzt auch noch. Bin fast da. 8300. Was sitzt ihr in? Moment, ich setz mir mal einen Waypoint. Uh. Sieh's. Glaub ich. Oh ja, hier. Alter, was treibt ihr? Was denn? Ja, bei mir leckt's grad... Also, jeden Block, den was ich setz, der verschwindet wieder. Also, jetzt sind wir da, jetzt solltest du dann aufhören gleich. So, jetzt gehen wir noch, äh, pennen, ne? Ja. Hast du grad noch? Ja. Okay. Okay. Ich schmeiß dir dann sein Zeug noch da hin. Okay, gleich. Aber das hat ja eben bewiesen, dass es, äh, meine Sachen funktionieren. Ich hab nur das da. Und das da. Oh, da hat es doch sicher mehr. Oh, nur ein Steinschwert und ein Bogen. Oh. Das liegt noch da unten. Ich rette es. Oh, komm. Mit meinem Leben. Huh. Okay, okay, okay. Ich kann auch Steinschwert auch von hier noch nehmen. Ja. Da haben wir noch einen Steinschwert, das brauche ich. Ich nehme mal ein paar Pfeile mit. Also, ich nehme immer einen Steinschwert, essen und packen. Nimmst du noch auf? Ja. Gut. Gut. Warte, nochmal schnell hoch. Habt du was vergessen? So, ähm, ich muss den Bogen ja noch, äh, nach vorne tun. Wir sind uns von wie es im Moment. Okay. Vielleicht eine Fackel an dem Spawner? So. Nur außenrum müssen wir noch ein bisschen mehr Licht machen. Schmeiß dir mal die Pfeile hin, weil du einen Bogen musst, ne? Alter. Ich muss das... Also, was ist los hier, ne? Ich muss das leiser drehen. Ups. Krieg ich einen Flash. Ey, da fährt mir grad auf, meine, meine, das Haus von Minecraft gehen wieder. Wo bist du? Äh, da. Guck mal hier, da, links lang. Hier, hier. Und dann links. Guck mal, da ist noch was. Okay. Zombie Pigment, so green Pigment. Komm nicht durch. Kommt die auch noch. Kommt nicht durch, kommt nicht durch. Den schaffst du nicht, machen wir nicht. Okay, da ist nur noch eine weitere Tür. Ja, voll die heftige Reichweite. Ups. Da ist noch eine Bibliothek. Da ist noch eine Bibliothek. Ja. Ein Zaubertisch. Aber ganz viele Pigments. Okay. Okay. Was? Zombie. Ups. Das wird mein Hut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich lebe. Ich lebe noch. Das wird mein Zweig aufgesammelt. Ja, warte, ich gebe dir das. Hast du? Halt, bleib stehen. Da, da, da. Ich gebe dir ein paar mehr Fackeln. Ups. War mir egal. Passt schon. Ähm. Wollen wir schnell mal was verzaubern? Ich habe ja auch nur 63 Level. Ich mach mal. Das haben wir mal meinen Boden. Schärfe 1. 2 Level. Wert für 1. Das Schwert hier für 1, bitte. Warte, 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 nicht weiterlaufen. Ne, ne, da ist nur ein Hund hier. Da trau ich mich nicht so weiter. Warte, ich mach das. Komm mal mit. Ich hab noch was gefunden. Ach so. Wow. Komm mal. Was? Das ist gar nichts. Das ist ja voll Ausprass gemacht, weil... Oh Gott. Tür. Ja? Geheimtür. Und dann, naja. Ach so. Oh. Oh Gott, hier geht's in zwei Richtungen. Der wäre erst links lang. Warte kurz. Äh, mach mal noch. Ich hab's gehört. Alter, diese Türen. Boah. Oh, besser. Okay. Los. Weiter geht's. Ja. Ah, Taka. Ui. So, okay. Andere Tür. Nix. Ach schon. Hier geht's... Oh, hier geht's runter. Hier sind Diamanten drinne und Küche und Uhr und Schleimbau und Knochenmehl und Eisen und Eisenschwert und Trank und Kohle und Eisenerz. Ich tu mal das Eisenschwert verzaubern gehen. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Er hat mir überhaupt das... Ach so, nee. Wir haben keinen Ambus. Die Etage fertig? Nee, ne? Wir haben keinen Ambus, oder? Was denn? Er hat auch die Etage noch gar nicht fertig, ne? Oh, hat das da hinten noch was gesehen? Hallo, ich möchte das gerne für ein Level verzaubern, nicht... Bei... Hier muss auf jeden Fall noch was sein, weil da sind lotter noch Zombies. Ich will auch mal so ne Tür finden. Du haust ja nur mit deinem Schwert auf die Steine, oder? Ja, also mit Links-Klick halt. Hm. Kannst du mir mal, äh, den Diamant geben? Ja, sofort. Und sie aber nichts abbauen, ne? Du meinst doch hier wär noch irgendwo was. Hm? Wo? Nee, nicht hier, da hinten. Nee, hä? Da kann es noch gehen. Nee, ich hab schon wieder vergessen. Das, dass wir da schon waren und... Oh! Ich hab was gefunden. Da wollte ich zwar nicht hin, aber das wird's wahrscheinlich gewesen sein, was ich meinte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich hab... Okay, alles, ich teilek. Ich hab'n Problem. Nee, ich hab'n Problem. Lauf! Ich... Warte, ich ess schnell was und... Oh Gott. Okay. Okay? Ja. Okay. Was ouais. bin? Immer noch für Heimtüren. Nee, okay. Okay, fertig. Das sind... Die sind ja nur Zombies. Und frامster. Da is'n auch ein Spelecet-Rüss. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Huh, 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 huh! I safe? Gucken! Nee, hier nicht. Hier ist auch nix, okay. Wollen wir dann mal oben die Sachen in Sicherheit bringen? Ja, ich wollte jetzt eh hochgehen. Weil, ähm, ich hab nicht verlaufen. Nee, doch, Dala. Bis dahin, hier muss auch noch irgendwas sein. Irgendwas klopft hier. Nee, das hört man halt, weil die Etagen so nah beieinander sind, hört man das so stark. Hä? Irgendwo war doch hier... Ach da. Hup! Sticks. So. Mach mir mal ne Brustplatte. Und ich mach uns was Tolles. Also, ich tu da mal Eisen rein in den Ofen. Da. Boah, Diamantschwert. So, gleich noch mal am Verzauberungsnisch vorbei. Mhm. Krank der Feuerresistenz. Mhm. Vorbei noch nicht, eigentlich. Ja. Bücher. Eigentlich können wir jetzt wieder runter. Ja, gleich. Ja, gleich. Haben wir noch irgendwie... Hm, nö. Hm? Was denn? Waren wir grad so am gucken, was wir noch so ein Materialien hätten, aber das ist alles nicht so effektiv. Äh, ich brauch Fackeln. Cool. Okay, jetzt. Weißt du, wo wir lang müssen? Mhm. Ich nämlich nicht. Oh, das ist auch russisch. So, warte. Ach, wir können nichts platzieren. Wir können hier gar nichts platzieren. Oh, Gott, nein. Wir können hier gar nichts platzieren. Nee, können wir auch nicht. Oh, scheiße. Ich hab doch... Das ist halt Absicht, dass man, wenn man was craften will, halt erstmal ein Crafting Table finden muss. Da wollte ich jetzt vor die Büchermaterialien. Wie schüssig. Dann lassen wir die hier, in der Truhe. So, hab ich das nicht klug überlegt. So. Wer nimmt mit? Wow, ich hab ne Eisenrüstung mit Schutz 2. Cool. Okay, kann weiter. Warte, mein Antivirenprogramm nervt. So, okay. Da lang? Achso, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir lang müssen. Nee, da, da lang, da lang, da lang. Bei den Hundi ist vorbei. Dann hier und dann da. Dann sind wir da. W-w-w-w-w-w. Hier. Ah, da. Wollen wir das eigentlich abbauen? Nee, schade. Schade. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab so Angst. Oh Gott, da sind Spinnen. Ich hab so Angst. Warte, ich schies mit'm Bogen drauf. Oh, na ja. Herrlich. Hihihi. Au. Oh Gott, das ist ein Zombie-Pigmen. Ich weiß aber nicht, die sollten ja eigentlich gar nicht aggressiv sein, wenn wir die nicht geschlagen haben, oder? Bin ich mir nicht so sicher. Ich habe Angst um mein Diamantenschwert. Ich kriege mein Diamantenschwert. Oh nein, da an der Tür ist einer. Wer ist denn jetzt? Wie gibt es hier noch Leben? Ein Zeiko! Hey! Hi! Habst du meine SMS nicht gekriegt? Aber ich wurde schon klinisch tot. Noch ein Verzauberungstisch. Was? Ich habe zwar auch schon mal ein paar Dungeons gemacht, aber Verzauberstisch habe ich noch nicht. Da habe ich noch nicht gefunden. Tummel Pac-Man! Oh Gott, wo kommt die denn her? Oh, da hinten ist eine Dingstar. Ich spiele zusammen Minecraft. Ja. Ich und die Cat. Und der Rico ist auch noch da so nebenbei. Wir haben einen Plug-in installiert. Ja, ich bin nur ein bisschen ruhiger, weil die Hamster eben aufnimmt. Achso, ja stimmt, wir nehmen auf. Oh, das tut mir laut. Das Plug-in ist, nee, ist egal. Möchtest du mitmachen? Genau. Bin gerade am Rändern, aber dann komme ich gerne. Ähm, Cat. Ja. Guck mal, da oben an die Decke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, die haben nicht durchgesinnt. Die zwei Dinger da, aber da oben an der Decke sind so ein paar. Welche Minecraft-Version brauche ich dann heute denn dafür? 1-4. Alles klar. Wir haben einen Dungeon-Plug-in installiert. Und es ist toll, es macht Spaß. Die kommen ja nicht durch hier, die sind ja Spinnis. Oh Gott, oh Gott. Aber wir laufen trotzdem rein, ne? Muhaha. Aber hier eine Schallplatte. Die 13, die hat uns heute schon so viel Glück gebracht, ne? Ach, die 13, ja. Ich weiß jetzt übrigens, woraus sich die 13 zusammensetzt. Das ist nur 1 und nur 3. Hier ist wieder eine Falltür. Da hast du noch Fackeln. Ja, ich hab noch ganz viele. Fackeln! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Fingst voll die Stimme. Was, Spider-Max? Nee, Spiele-Max. Nur Rico, ich bin eben nach Hause gekommen und bin einfach tot ins Bett gefallen. Das waren ein paar, viele. Nö. Zombie-Pigman. Ich find das schön. Ich find das schön. Wundert mich, dass du jetzt schon wieder da bist. Du, ja, nee. Sobald es dunkel ist, werde ich wach. Wo muss ich... Oh mein Gott. Und schau... Zurück, 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 zurück. Zurück. Noo. Da wartet jemand auf uns. Was? Okay. Noo. Aber ich find das schön, dass wir mal so in einer so ruhigen Runde zu zweit nicht gehen. Na gut, wenn Seiko noch dazu kommt. Ich bin unbewaffnet. Wo warst du auch, wenn das... Eine ruhige Runde klingt aber auch anders. Ja, also... Na ja, es ist ja eine Runde. Ich weiß doch immer. Eine kleine Runde, sagen wir es so. Besser? Ja, ja. Nein, ohne Mac. Ich guck mal kurz nach meiner Post und so, während ich gerade rennen bin. Bin dann gleich da. Ja, egal. Also, was von Rompe verpasst. Ha? Ah, okay. Also ich mein, ich find's ja immer schön, dass wir so mit vielen Leuten spielen und so, aber ab und zu find ich's auch mal ganz angenehm. Ja. Als wenigen. Also, ich kann's auch gerne noch rausschneiden, so ist es nicht. Ähm, ich bin, ich bin bekräftigt meines Bearbeitungsprogrammes. Oh, heute ist aber das Hamster auch ganz nobel. Ja, nicht wahr? Ich würde mal gerne wissen, wo der Stamm, wo das Hamster ist. Hamster ist das Hamster. Weil ich hatte Angst, weil ich glaub, mein Unzudiermannsschwert aus dem Zweck. Hamster am Eis? Ja, wir sind schon so oft gestorben. Hamster hat das Hamster auch einen Monockel? Ja, Hamster hat auch einen Monockel. Boah, Hamster. Und ein Hut? Ein Weich? Ein Hut? Ein Chilinder. Boah, und ein Stock? Ein Stock. Oh Gott. Im Arsch? Ein Stockhamster. Ich muss mich grad aufladen, deswegen steh ich hier. Du musst dich aufladen. Magst du mein Schwert gehen, wo ich renne vor? Go, go, ninja, power. Das ist mein einziges. Hat jemand die News geguckt? Das hab ich vor dem Wettgehen noch geguckt. Ich schau irgendwie nicht vor, das ist leider überhaupt nicht. Ich fand's so gut, ich fand's so gut mit dem Gangster, der sich, äh, linke, ähm, wie beschreibe ich das jetzt, dass es Jugend frei bleibt. Was hast du gerettet? Hast du irgendwas gerettet? Da hat er noch ein Schwert gelebt. Nee, geh weg, geh weg. Den linken Hoden. Er hat den linken Hoden weggeschossen. Dann gib mir das ein Schwert, das du aufgesammelt hast. Und er behauptet, es wäre eine Gruppe Vinchers gewesen. Hm. Also nicht, das, was du hast, ist besser, das ist Stärke schon mal drauf. Gib ihm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Hast du noch? Hast du noch? Wolltest du mal durch die Tür? Ich hab aber eigentlich... Wie viel Leben hast du denn? Wo sind sie? Wo sind die Sachen? Am Ende des Raumes müssen die Sachen liegen, oder? Nein, sie sind gerade gespawnt. Nein! Weißt du, was ich in so einem Moment am ehesten sagen würde? Ja. Oder die Funken teilen? Nee. Frohe Ostern! Ja. Nein, der Typ sagte halt, das wäre jetzt... Sie würden durch Chicago fahren und Gangstern... Da muss jeder dir Schwert nehmen, dass wir überhaupt da durchkommen. Ich weiß nicht. Lass uns dir dann dir Schwert nehmen, dass wir da durchkommen, weil das ist das... Gibst du mir eins? Es ist uns. Hier. Und am besten... Hier. Hier. Hey, sonst ist das unmöglich. Hast du gesehen, wie viele das sind? Ich denk mal die Hälfte dann unten rein. Das schaffen wir schon irgendwie. Steht sich... Hast du die Hamster dabei, ne? Haben wir noch Brot oben? Zwei. Zwei Brot. Hamschta! Hamschta! Und mein Antivirenprogramm ist mir schon wieder im Gesicht. Das ist so... Ich hab mir vor, wie sie dann mit zwei Händen so... Das ist so cool. Ich hab auch so... Möchte wir uns erklären, macht sie zeugungsunfähig, kampfunfähig und sie können dann auch von der Polizei Ding festgemacht werden. Geil! Der echt Hardcore-Polizisten sein. Ninjas! Ich hab mir gedacht, die suchen jetzt nach frischen Eiern. Schießen auf alles. Ich komm hier schon! Muss man auf mich warten, ich weiß den Weg nicht mehr. Ah, hier bin ich, glaub ich, richtig. Ich bin da. Da scheint so ein Pfeil und da drückst du dann drauf und schon, ne, kommen die Dias raus. Und vergiss den Nippel nicht. Genau, du musst erst den Nippel nicht die Lasche machen. Ja, die Tür. Und mit der kleinen Kurbel bis oben drehen. Da scheint siehst du dann ein Pfeil und da drückst du dann drauf. Und schon kommen die Dias raus. Genau. Oh, der Back! Viel zu. Oh, meine Knie. Jetzt haben wir doch schon wieder viel... Nix, 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 nix. Müssen wir da nicht sogar rein? Ja, irgendwo müssen wir rein. Da hinten geht's weiter runter, aber ich glaub, wir waren da noch nicht drin, wo die ganzen Zombie-Pigments sind. Nee, da waren wir noch nicht drin. Äh, setzt du fucken? Ja. Ja. Oh, auf das Teil. Ja. Das ist nicht mal eine Geheimtür. Hat sich ja voll gelohnt, die ganzen Sachen zu verlieren. Ähm. Komm mal hier raus und mach die Türen dann wieder zu. Ähm. Leg mal da deine, 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 deine Eisenrüstung rein, weil wir können uns jetzt eine eigene machen. Beziehungsweise wir können das Eisen reinlegen. Egal. Mach's grad so. Äh. Du brauchst deinen Helm noch auf. Achso, der ist aus ner Kiste. Den haben wir, den haben wir erkämpft. Achso. Geht's jetzt wieder hoch? Äh, Pigment. Holy shit. Warte, ich komm dir zu Hilfe. Okay, alles, alles. Alles, chill. Oh. Oh Gott. Du kannst grad die Sachen aufheben und hochkommen. Ist nur einer. Sollte es sein. Ich weiß gar nicht, warum es lang geht. Nein, ich hab mich verlaufen. Warum ich was? Ich hab mich verlaufen. Ah. Oh Gott. Ja, der hat sein Dierschwert und sein Eisenhelm auf. Ist klar. Ich bin der Zombie-Pigman. Ich glaube, da haben ich schon ihre Sachen. Mit meinem Freund von hinten. Hm. Super. Guck mal, wie der auf meiner Seite steht. Nämlich kein Meter. Du hast es erkannt. Das hat man schön gehört. Oh nein. Jetzt ist es nicht so weit. Bis runter, oder? Bis zu deinen Sachen. Bis zu unseren Sachen. Gehst du schon? Ja, du gehst schon. Es ist nicht so weit. Ich hab ein bisschen Holz besorgt. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Aber es ist irgendwo. Ganz in der Nähe. Ich hab doch keine Ahnung, wo. Mhm. Ah. Hier. Verstehe. Ja, genau. Nimm dir mein Eisenschwert. Äh, mein Diamantenschwert. Entschuldigung. Amst du da? Come in. Ich bin tot. Warte. Warte auf mich. Hab ihn. Hast du ihn? Guck mal um die Ecke. Wo? Wo sind die Sachen? Hier, ich hab sie. Alle? Ja. Okay. Aber ich bin falsch gelaufen, weil ich fail und so. Du weißt. Äh. Äh. Wo bist du? Da. Was ich bin statt hier, bin ich da lang und so. Da geht's hoch. Komm. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, ich hab jetzt ein Diamantenschwert. Hast du auch ein Diamantenschwert? Ja. Okay. Dann den Helm kann ich aufziehen. Und die Eisen müsstest du... Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab was denn, Futter. Ja, das wär nicht. Noch Goldnuggets. Okay, das ist alles schon leer. Okay, gut. Brauchst du noch Fackeln? Ähm, nee. Hab ich genug. So. So. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Sollte ich wirklich schon wieder da runter wagen? Ne, ich komm sofort wieder hoch, du, das Eisen brennt ja noch. Deswegen frag ich. Nehmen wir mal für ne Brustplatte. So. 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 Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Wo bist du? Was brauchst du noch? Eine Hose und Schuhe. Wo sind denn die Sachen, die wir im letzten Dungeon bekommen haben? Die hat die Jenny im Inventar. Ach so. So, dann wollen wir mal. Oder? Wait.